Willkommen zurück zu Call of Duty Black Ops. Ich fange diesmal Neues Let's Play an mit so einem kleinen schönes Ding, ne? Kennt ja jeder Black Ops. Ich habe schon ein bisschen vorgespielt und werde jetzt eine neue Kampagne starten. Auf Ja, Soldat. Und loslegen wir. Aufwachen, aufwachen! Wo bin ich? Wo ist Reznov? Sie werden unsere Fragen beantworten. Haben Sie verstanden? Wer zum Geier sind Sie? Das ist unwichtig. Wichtig ist nur, wer Sie sind. Gehren Sie. Wo wurden Sie geboren? Reck mich. Ihr Name ist Alex Mason. Geboren in Fairbanks, Alaska. 1961 gehörten Sie zu einer Gruppe von CIA-Attentätern mit Namen Operation 40. Ist das richtig? Ist das richtig? Ja. Wo ist die Selle-Station? Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Die Zahlen, Mason. Was bedeuten Sie? Von wo aus werden Sie das Fragen? Ich weiß nichts bei irgendwelchen Zahlen. Das ist mit Dragovic. Geben Sie uns, was wir wollen und wir garantieren für Ihre Sicherheit. Fangen wir von vorne an. Kuban 1961. Die Schweinebucht. Wir wissen, dass Sie doch waren. Wow, da wird er von Elektroschocks angegriffen. Nein. Verarschen Sie mich nicht, Mr. Ich weiß, wer Sie lüten. 61, Schweineburg, was ist passiert? Alle wurden getötet. Lügen bringen nichts, Mr. Sie sind mit Wurz und Bohnen reingegangen. What? Oh, Mann. Dragovic, erinnert sich an Dragovic. Castro. Wir sollten Castro tragen. Und los geht's. Die Polizei wird gleich hier sein. Machen wir schnell. Wurz, lange nicht gesehen. Lange genug, Carlos. Kennst du Bohnen? Carlos. Und das ist Mace. Was ist los, Carlos? Und hast du was wir brauchen? Er wird hier sein. Auf der Plantage. Meiner alten Plantage. Unser Angriff auf den Flugplatz verschafft euch genug Zeit einzudringen. Wir kommen ja wieder weg. Wir werden auf euch warten. Seht zu, dass ihr da seid. Feuer. Ach, der arme Carlos. Wie heißt mir mal der Witz? Das ist ein Spanier ohne Auto. Eher gesagt, wie heißt ein Spanier ohne Auto? Carlos. Ich rede mit dir. Wow. Hand ab. Mann, Handschuh zählen. Alles ist bereit. Bereit machen, Jungs. Los geht's. Wurde das Messer raus. Kein Problem. Meine Männer kümmern sich um die Lache. Äh, sondern es ist doch nicht... Die Insassen steigen aus. Sie tragen Schrottflinten. Bohnen, Carlos, Feuerschutz geben. Wir kämpfen uns durch die Straßen vor. Mason, zu mir. Los geht's. Keine Zivilisten töten. Beseitigen und die Straße hinauf. Bohnen, nach rechts. Schon dabei. Los, ballern wir das Ding ab, Alter. Explodier. Explodi... Hey, knallt mich nicht ab. Das ist eine von uns. Nein, sowieso ist es nicht. Schu. Das ist auch mal erledigt. Explodiert. Los, rennen wir hinterher. Ich hole die Pistole raus. Der Aufschlauch. Wupp. Ich hole die Pistole raus. Okay, Bewegung. Wupp. Hier lang. In die Gasse. Zu dem Wagen. Welche Gasse? In der Schein zu bieten. Raume, falschen Deckung. Nein, ich fahre die Leben. Na ja. Jo, ja, ja, ich gebe schon Gas. Rechte Maustaste rückwärts. Und linke Maustaste Gas geben. Wir los. Ich dachte gerade, hängt sich hier auf. Das Beste war, bei der ersten Testaufnahme hat sich das Spiel hier so aufgehangen, ich konnte noch nicht mal starten damit. Und ich habe zwar gestartet damit, aber direkt beim Anfang, da konnte ich nichts machen. Wie? Darf ich das Ding abschießen? F drücken. Und los geht's. Dann gehen wir runter. Ja, und jetzt kommen Messern, oder? Ne, doch nicht. Da Messern die mir die Leute weg. Da Messern die mir die Leute weg. Na, Kampf, okay. Witz. Was machst du denn für eine Scheiße? Nicht hinlegen. Nicht hinlegen. Ducken wollte ich. Kommst du da jetzt lang, oder? Loll. Ja, was machen wir jetzt hier? Pieps. Ach, lassen wir den mal in Ruhe. Und... Los, erster. Noch. Nein. Wupp. Ja, sieht man, wie ich zählen kann. Ah, da kommt noch jemand. Na, na, nicht runterkommen. Lebt der noch? Ne, sah so aus. Geht, da geht's. Los, mach die Tür auf. Kommt. Steht ihr da hinten rum? Tür auf. Oder wollt ihr jetzt nur 10 Stunden mehr? Aus gutem Grund. Wir versuchen seit drei Jahren an die Heran zu kommen. Heute haben wir damit Erfolg. Sogar bei der ersten Aufnahme, ne? Geh ich da gerade raus? Auf einmal sterbe ich sofort. Sorry, Roman. War nicht mit Absicht, dass ich die schon mal einfach endlich angeschossen hab. Headshot. Headshot. Huuuay. Ich mag jetzt nicht, geschubst zu werden. Naja, dann werde ich kurz ne Pause einlegen. Bis später. Ab. Du bist bis techniques. Hier hast du dich nicht. B dalla muerte. Vielen Dank.